Hallo Ombres, Mermo Gamma Folle, Mable Espanol und Seguto Como Estas Willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Bad Wars Ich find's super nice, das ist schon mein zweiter Aufnahmenversuch für die Aufnahme Denn eben hatte ich nen Hacker und ohne Witz, der hat halt mal so nett reingehackt Der hat mir auf 8 Blöcke oder sowas nen Hit gedrückt, also es sah lecky aus Aber teilweise, der sah halt wirklich für mich zu 100% nach eben bis aus oder sowas So, holen wir den mal Und war nett mit dir Wen holen wir? Laufen wir durch oder By the way, ich hab ein paar Schuhe gefunden Ne, wir gehen wieder zurück zu mir und dann Hallo Danke Ähm, wir gehen wieder zurück zu mir Habe ich gerade so spontan geschlossen und gehen dann zu Flo durch Ähm By the way Ähm, was auch noch gerade ein ganz kleines Problem war, war, dass ich, ähm Dass mein OBS sich aufgehängt hat Aber das ist halt alles so das Es gibt so so einen schönen Satz Zufälle wollen gut geplant sein Genau an dem Tag, wo ich Absolut gar keine Zeit habe Schmiert dann mein OBS ab Das find ich immer sympathisch, so von meinem OBS auch Lol, warum wurde mein Beta-Propot-Köpf nicht knallt ins Seil Aber die Runde ist ganz gut und es ist Tims Account, das heißt, es ist eh kein Problem Ähm, halt der Maul Und, Alter, als ob der den Kill bekommt, ich glaub's auf Ich glaub's auf Die Laufe der Gegner ist so nach oben Ähm Ja, ist er Der Pinke, da lauft doch mal gleich zu dem Einfach ruhig, weil es sehr, sehr bereist Aber hey Man muss bereist sein So, ähm, muss man nicht von den Leuten ehrlich sagen Ähm So So, drei, vier Aber mal ein bisschen das Inventar sortieren, das ist auch immer wichtig Ähm Ja Wird mal dann Fuck, ich bin bei Pink Holt mir das doch jemand, dass der verreckt ist So, und Der ist verreckt Geht doch mal Alter, ich glaub's auch Ja gut, das ist auch eine Möglichkeit Wenn es euch gefallen hat, würde ich den Ultra über like, komm mir abo, ich tue es dir freundet Bis dahin Ciao 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 Ciao